Ich muss mein, mein Gehalt, äh, mein Gehalt, mein Geld ein bisschen besser im Griff haben. Aber heute war es echt lustig. Das Medcafé, hey, das ist so Liebe. Marga, dir gefällt das. 100 Pro, du würdest das so sofort mitmachen. Das war so geil. Weil, ähm, dann, was noch? Ja, wir haben vor, dass wir demnächst noch in einen Butler-Café, also gleich mal das andere, hauptsächlich für Weiber. Was ich dazu sagen soll, im Medcafé war erstens viele Ausländer, nur so ein kleiner Teil an Japaner. Und, ähm, es war sehr gemischt. Also, es war ein Pärchen da, nur Frauen, gut, nur Männer. Aber es war eigentlich recht gemischt, auch Altersstufen her. Aber es ist lustig. Ich glaube, ich will nochmal da hin, das ist echt geil. Die waren echt putze. Ähm, dann, was kann ich noch sagen? Eigentlich nix. Ich hab hier jetzt gerade mein ganzes Bett zugelegt mit allem, was ich mir eigentlich großteils heute gekauft hab. Bis auf den kleinen Teil, der gestern war. Also, gerade die Kopfhörer und den, das Superpanda-Cape und des Cartoon-Zugs und die Fliegerbrille und die drei CDs, also Dimsine und Cartoon und Big Bang. Der Rest war irgendwie alles heute gut, bis auf die Socken noch dazu. Hm, das kann ich nur sagen. Äh, ja, achso, im Made-Cafe haben wir. Super süß. Wir haben uns für einen Panda-Cake oder Cake hier zum Pfannkuchen entschieden. Das war so süß. Ich hoffe, ich krieg noch das Foto von Flo. Und an sich, du kriegst, äh, in Akihabara kriegt man ständig Flyer in die Hand gedrückt von Made-Cafe. Das ist echt süß. Das war echt auch lustig, weil das nicht sowas wie eine Kette ist oder sowas. Da gibt's drei Shops. Und da sind die gerade runter zum Vorteilen und wir waren direkt davor und dann haben, hat sie uns halt mit hochbegleitet. Ich finde das toll. Hier nochmal. Und, ähm, ja, sonst ist es alles sehr laut. Also die schreien die Besucher herein und sie verabschieden, sau schreien. Und dann gibt's immer wieder irgendwie hier Sachen, wenn jemand was, ich glaub, special bestellt und was so, dann gibt's auf der Stage-Chi, was. Es ist phänomenal. Also das ist so geil. Ja. Ach komm, mach mal meine Stinker. Meine aus Versehen, aber heute. Also das hier war gewollt. Das hier war so ein Hocheffekt und das wollte ich dann. und das hier war auch gewollt. Aber es war einfach nur zu geil. Ich konnte heute die ganze Zeit noch kichern. Also wir gehen das nachher noch essen. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell ich ins Bett flutsche. auf dem Konzert waren wir bis jetzt noch gar nicht. Das ist immer irgendwie so doof. Das ist immer irgendwie so doof von Suchverbindungen her. Ah, ich hab noch was. Hab ich mir auch einen Harajuku gekauft. Das kann ich voll einen auf Gänstern machen. Also, ja, und mein Regenschirm. Und den Rest habe ich jetzt gerade gar nicht auszufangen. Das ist nur noch ein Fächer. Ein weißer mit Japan. Mit dem Punkt. Also zum Einfrau. Jan. Und, ähm, ne, Kokishi heißt es, ich glaube. Und, ja, den Großteil habe ich jetzt halt. Wir haben ein paar Fotos jetzt. Ist auch wieder Omiyage mit dabei. Aber, heute war toll. Soll ich jetzt mal. Eine Worte eben nicht. Ja,